So, ähm, ja, scheiße labern kann ich auch alleine. Ne, äh, was ich noch, äh, was mir gerade noch so einfällt, alles, ne, was fällt dir eigentlich ein? Oh, ja, also wenn du schon so fragst, ähm, warum sind wir denn so tollpatschig? Wie ist das denn überhaupt so gekommen, dass wir so tollpatschig sind und so unordentlich? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht zum Teil an Impfschäden liegt, an Gehirnschädigungen durch Elektrosmog, durch, was weiß ich, Handystrahlung und verschiedene andere Sachen, die so auf einen einwirken, Gifte, hast du nicht gesehen? Und natürlich sind die von der älteren Generation weniger tollpatschig, weil die haben halt den Scheiß noch viel weniger abbekommen, auch die Umweltgifte und Verstrahlung und sowas, ne? Das ist natürlich dann schon krass, aber guck mal, wir leben noch, also es ist eigentlich jetzt auch nicht unbedingt so das Allerschlimmste, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dann manches schwieriger für bestimmte Leute oder für uns zumindest, weil wir vielleicht auch irgendwo die Aufgabe haben, also es ist ja bei jedem auch ein bisschen anders, ne? Aber wir haben ja vielleicht auch irgendwo die Aufgabe, gewisse Ungleichgewichte in der Natur wieder auszugleichen und das tun wir natürlich auch zum Teil über unseren Körper und weil das so ist, damit hier nicht alle sterben, wird diese Aufgabe natürlich auch übernommen von einigen Menschen aus Liebe, ne? Und ich denke mal, ja, das ist natürlich alles sehr kompliziert. Oh nein, wie schrecklich. Ach, der Typ labert wieder scheiße. Na dann, ist ja auch gut, kann man ja alles einfach abtun. Wir haben ja auch gar keine Wissenschaft in der Quantenphysik und das ist ja alles gar nicht wahr. Ja, also ich halte euch für überheblich. Und wenn ihr meint, dass ihr Recht damit habt, dass alles immer nur so ist, wie ihr gelernt habt, dann seid ihr nicht nur überheblich, sondern auch naiv und dumm. Ja. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Und wenn ihr wisst, wie 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 ihr wisst, Vielen Dank.